Und damit herzlich willkommen zurück zu Unturned. Wir sind immer noch in der Stadt, halt wie wir eben aufgehört haben. Ich bin noch einmal tot. Ja, Kishy ist gerade noch mal gestorben. Ich bin jetzt bei dem ganzen Laden, hol mir die zwei Bonjour Clips und dann sind wir echt gut ausgestattet. Bonjour. Äh, was kann ich denn droppen mal? Weil ich hol hier... Da vorne ist eine Brücke. In der Swiftman. Ja, Kishy. Bonjour Clip, ach scheiße, ich hab keinen Platz mehr. Ähm... Von der Brücke aus kannst du, also... Crip trinken... Da kannst du erstmal looten und danach kannst du dann, ähm... zur Militärbars gehen und dann einfach den Weg, den wir mit dem Auto gefahren sind... Wo war denn der zweite Bonjour Clip? Ach da. Weil ich den Weg doch weiß. Ich hab jetzt auch 95 Erfahrungen schon wieder. Erst mal Warrior machen und dann... Ehm, Moment, ich muss noch kurz meinen Luffer ausrüsten. Ähm, Freddy... Du hast ja noch ne... noch ne... ne Maplestrike, ne? Ja. Gut, dann lass ich die jetzt einfach fallen, weil ich hab keinen Sinn mehr. Ah, da ist... wo kommt das zum Teufel? Plötzlich kommt von hinter mir ein Zombie und schlägt mich gleich dreimal. Tee... Äh, ich möchte gerne meine... Red Dot wieder abbauen. Und mein Taktik gleich auch. Okay, ich brauch jetzt demnächst wieder was zu essen. Und jetzt schmeiß ich die Maplestrike hier hin. Ich hab was zu essen mit, glaub ich. Drop. Ich hab auch noch was zu trinken mit, falls du brauchst. Ne, trinken hab ich noch... Ich hab noch einen Applejuice mit. Ich hab noch einen Applejuice mit. Ja, ich auch. Okay. Die Waffe sieht ganz cool aus. Die kennen wir noch nicht. Die ist neu. Ähm, erstmal... Welche ist neu? Die... Dingerns. Ja? Wieso kann ich meine Taktik... Scheiße, ich hab meine Taktik gleich von der geschmissen. Naja. Oh, ich hab doch kein Chili. Gute. Ähm, die Outfield ist neu. Ne, die ist nicht neu. Die gibt's schon länger. Sicher? Wir haben sie noch nicht gefunden. Ja, ich hab doch mal geguckt, welche auf uns alle gibt. Stimmt, ja. Okay, warte mal. Ich hab nur einer Bonjour Clip, einen Fünfer und einen Zweier. Ich pack erstmal den Fünfer rein. Ja, ich hab übrigens einen Premium Bart auf dem Premium Gesicht, weil ich mir Premium gekauft habe, weil ich das Spiel unterstütze. Hast du schon mal erzählt? In unserem Part. Ah. Ähm, ich kauf mir auch noch einen Premium. Scheiß. Ja, nur für die Zuschauer, falls die mich mal sehen. Ach ja, stimmt. Sollten, falls ihr nicht die ganze Zeit Dauer stirbt. Mein Spaß. Wo ist meine Munition? Ich hab den Boden gefunden. Shotgun-Scheißen wir nicht mit, oder? Erstmal nicht, wir haben ja keine Shotgun. Can't call up. Ich hab einen Golf Club. Ist der besser als ein, äh, Pocket Knife? Ich glaub alle... Wie kann man Waffen und Bonjour Clip zusammenpacken? Wie? Also wie kann man Munition und Dinge zusammenpacken? Äh, Civilian, äh, Ammo. Los Bonjour Clip und dann... Ach, Civilian! Ich hab nur Military, scheiße. Äh, Civilian hab ich glaub ich auch nicht. Ich hab zwei Machels. Doch, einmal Civilian hab ich. Oh, das wär super. Ich hab insgesamt irgendwie nur... neuen Schuss oder so. Was, Kishi? Findest du eine Military Base? Hier liegen alle möglichen Arten von Burys rum. Ja, die sind von Freddy, nimm die nicht mit. Ja, das waren meine. Lass die einfach liegen. Oh. Aber irgendwie lag das auch so ein bisschen, wenn ich Sachen aufheben möchte. Ja, ein bisschen lag das. Und ich hab einen Lever-Action gefunden. Ich hab so viel Scheiße mit. Nails, Boats und alles. Hast du nicht immer einen Lever-Action gekannt? Cooler Sache auf jeden Fall. Und einen Bonjour Clip. Super, mein Winchester Clip ist leer. Drop. Ähm... Hm, ich glaub der... Moment mal, steht da drauf. Chambered in Shells. Das heißt... Das... Dann würde Kishi ne Schusswaffe haben. Wenn der Shells mitnehmen würde. Und hierher kommen würde. Na? Ja, ich muss aber erstmal... Ich wollte jetzt grad hier die Meditärbasis looten werden, weil wir noch weiterhin von drei Zombies verfolgt. Hab keine Waffe. Bin im Arsch. Ja, komm zu uns einfach. Okay. Wir sind ganz passabel inzwischen ausgerüstet. Ich brauch nur langsam mein Antibiotika. Das ist ein Scheiß. Moment mal, ich hab grad ne... Moldi Tomato liegen lassen. Das ist ziemlich dumm von mir. Hier sind Shotgun-Shelves. Du sagst immer Shelves. Es heißt Shells. Ich weiß. Ich sag ja absichtlich, mich zu ärgern. Das ist immer richtig sauer. Wir haben jetzt übrigens schon wieder fünf Minuten gespielt. Ich bin fast... Immer noch fast tot. Hier liegt ne Moly Bottle Water. Ich glaub hier war's schon überall. Hast du schon was anzuziehen, Freddy? Ich hab ne Seemannshose und ne Blue Sweatshirt oder so. Okay gut, dann lass ich meine Sweatshirts erstmal fallen, weil ich wollte dir einfach was anzuziehen mitbringen. Oh Gott, mein Handy fick grad meine Boxen richtig. Die Zombies sind okay. Nein, die sind scheiße. Was ist mit den Zombies los? Ich bin grad in den Tower gegangen und dann, als ich oben war, haben sie mich nicht mehr gesehen und haben sich gedacht, ne, jetzt haben wir keine Lust mehr auf Militärbasis rausgegangen. Das ist aber normal. Das hätte ich auch nicht. Das ist ein Unfall von dir. Das ist ein Unfall. Wir wollen jetzt nicht mehr stehen. Freddy, haben wir jetzt alles durchgeguckt? An Häusern hier? Genau, also ich weiß nicht. Ich bin grad hinten links. Ich bin grad hinten links. Ja, ich denk mal, dann haben wir alles durch. So ein Server laggt übrigens auch ein bisschen. Ja, hier liegt der Golf Club, den du hattest. Was liegt da? Ähm, Cloth brauchen wir jetzt mal nicht. Ja, okay, der lag ist ein bisschen stärker als vorher. Alter, lag das jetzt. Kishi ist grad an Internet gefickt. Hat. Kann sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich kann nicht mehr... Ach doch, ich kann. Ich hatt hier wieder auf dem Tromm. Warst du schon beim Mechaniker? Was ist das denn? Okay, da hast du nicht zufällig ein... Ein was? Gut, dass du ne Gascan liegen lässt. Oh, ich hab grad die ganzen Zombies und Kishi gefunden in dem Haus. Wo? Warte, ich hab ne Waffe. Da drin. 20. Wie viele sind das? Ach du Scheiße. Äh, warte, ich geb dir erstmal Munition. Was ist das für eine Waffe? Das ist die Maple... Nein, das ist die neue. Wer hat grad geschossen? Ich. Ich bin in der Militärbasis auf ne Waffe gefunden. Das hat man hier übrigens. Äh, Freddy, bleibt mir hier. Du kriegst jetzt erstmal einen Bonjour-Clip von mir mit zwei Schuss. Was sag ich mit dem? Du hast da ne Waffe für den Bonjour-Clip, oder nicht? Nein! Immer noch nicht. Hörst du mir echt nicht zu? Ich hab gesagt, da kommen Shelfs rein in die einen Waffe. Und in meinen Waffen kommen die ganz normalen, die wir, also die Maple Strike Munition. Gut, ich brauch erst erstmal, äh, leben. Weil sonst kann ich mit denen ja auch nichts anfangen. Ja, ich hab auch noch... Oh, ich hab jetzt alle Zombies getötet. Ich bin immer noch fast tot. Hier liegt noch ne Rope. Also hier war nirgendwo irgendwie ne Pharmacy. Nein. Wir müssen zurück zu unserer Stadt. Die war halt echt gut. Ja, wollen wir... Wo wollen wir dann ne Basis bauen? Weil ich hab schon Achs gefunden, damit können wir Bäume fällen. Ähm... Ah, Schüsse! Warum hast du grad geschossen? Weil zwei Zombies auf mich zukamen und ich Angst hatte. Willst du einsteigen? Ich bin drin. Das Ding ist übrigens übertrieben langsam. Hier gibt's anscheinend nichts mehr zu looten außer dieser Waffe. Kirschi, wir kommen zu denen. Okay. Wir haben 16% Fuel. Mal gucken, wie lange der hält. Gar nicht. Der hält sehr lange übrigens. Also... Weil das ist also den größten Tank der Wagen hier. Gut, dass du das schon weißt. Na klar. Ich muss ihn über das Spiel erkundigen. Ich würd gern den mit 3 Schuss reinladen. Danke. Du brauchst für William Bullets. Was? Das ist ein Flash? Hab ich. Äh, ein was? Ein Flash-Hider? Damit dämpfst du deine Schüsse sozusagen. Also dann... Dann ist nicht immer so Flash mehr da in der Nacht. Aha. Cool. Das ist... Aber nur für PvP. Weil Zombies... Das ist trotzdem cool. Nee, eigentlich nicht. Gott ist die Karre langsam, Alter. Ja. 32 bis 36 war ich die ganze Zeit. Ja. Und ich zitter immer noch. Und übrigens, auch wenn sie den größten Tank hat, ist sie relativ schnell leer. Geht voll. 2% haben wir jetzt zwar. 3%. 4, 5, 28. Kishi. Schnell komm. Wo bist du? Wo seid ihr? Vor der scheiß Militärbasis. Ja, ich komm mal. Ja, stimmt. Ich hab ja Gascans mit. Fällt mir auch gerade an. Warte, hinter dir kommt irgendwo ein Zombie. Au. Au. Scheiße. 4% Leben. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken mit dem Schuss. So. Ich hab übrigens ein Knochen gebrochen. Ja, die heilen von selbst. Sind hier noch irgendwo Zombies? Jetzt ist er nicht. Was? Ist der leer? Achso, der ist empty. Meiner ist voll. Ich hab auch noch andere, glaube ich. Ist hier noch irgendwas, womit man HP bekommt? Ich hab nichts gefunden. Gar nichts. Hallo. Hi, welche Waffe hast du? Die Ozi? Die... Die P90? Ja, P90 ist es, glaube ich. Ah, ja. Das geilste Waffe überhaupt aus dem Spiel. Mhm. Und leider hab ich nur noch drei Schuss dafür. Kein weiteres Magazin. Ist mein Vierter noch voll? Oh, der ist auch noch voll. Ich hab ein Ozi-Magazin. Warte, wir füllen jetzt erstmal das Karchen hier auf. Ich hab zwei Kanister übrigens schon. Äh, 52%. Erfallen wir die komplett drauf, oder? Ja, komm, scheiß drauf. Ja, ne. Ich hab nur langsam Hunger, Durst. Ich bin fast tot. Ich bin auch fast tot. Ich hab vier Prozent Leben. Der hat grad dein scheiß Leben gerettet. Ich hab vier Prozent Leben. Der hat grad dein scheiß Leben gerettet. Nachdem ich eins gerettet hab. Okay, doch, man ist nochmal gebrochen. Gut gemacht, Kirschi. Okay. Okay, ist voll. Reicht. Freddy, du fährst. Okay. Kirschi, ich fahre. Ich war gar nicht drinnen. Ich war drinnen. Okay. Okay, fahr. Okay, fahr. Fahr, 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 fahr. Ich hab Angst, Alter. Ja. Jetzt ist ziemlich ein Wendeweg. Okay, merke. Ich brauch Gesundheit. Du brauchst Gesundheit. Ikech brauchst Maul. Ja. Kirschi kann sterben. Fahr Kuh. Fahr Kuh. Kirschi möchte gerne mal da hinten rufen. Bei der Brücke. Bei der Brücke. Von mir aus. Du musst jetzt vielleicht aussteigen. Ja, lass uns mal kurz zur Brücke gehen. Ich hab ein bisschen Munition. Halt an. Halt an. Warum anhalten? Weil man hier beschissen wieder rauskommt. Du hast einen Wendenkreis und einen Panzer. Ja und? Ich kann hier einfach über den Bergwürfhandel im Kopf. Okay, lass mich mal vorgehen. Ich glaub, ich bin momentan der Einzige mit Munition, oder? Nee, ich hab auch noch drei Schutze. Ja, aber deine Waffe macht keinen Warnshot. Ich hab auch noch, glaub ich, vier Schutze meiner Lever-Action. Okay, dann hast du sogar mehr Munition als ich. Ich seh hier niemanden. Äh, wir haben uns am Anfang des Spiels eigentlich so gedacht, okay, Munition sparen, aber... Ganz ehrlich, jetzt wo wir alle fast tot sind... Rex, oh mein Gott, ich hab... Nee, Pinkeler, aber Pinkeler nehm ich auf. Fuck daneben geschossen! Ähm... Fuck. Fuck, wo kommen die her? Hinter dir. Ich hab wieder daneben geschossen. Ich hab beide getötet. In der Bewegung schießen ist nicht nur eins. Alter, ist hier überall spritzig. Äh, Raw Vengeance. Swift Magazine. Oh mein Gott, hatte ich hier wieder Farbe. Das ist meins. Was? Äh, das Raw Vengeance hab ich da gerade abgelegt, damit ich... Auf. Gut, ich hab noch einen Schuss. Ja, ich hab auch noch einen Schuss. Hier sind wir drei. Ja, das ist wahrscheinlich deiner, oder? Ja. Ja, das sind meine. Oh, ein Dr. Code setz ich mal bei an. Äh, setz ich mal bei an. Sieht gleich besser aus als mein komisches Sweatshirt jetzt. Okay, jetzt zwei mal Nullschuss und einmal ein. Ja. Profan oder so. Ja, pro... Nee, Purification Tablets. Moment. Ja, die sind für Wasser und sowas. Kann ich nicht mehr, ich hab keinen Platz mehr. Hast du immer noch keinen Rucksack? Nein. Hast du auch gestorben? Ach ja. Ja, ich bin zweimal gestorben. Lag auf der anderen Seite noch irgendwas tolles? Oh, hier liegt ähm, Military Bullets wieder. Aua. Gehen die für meine? NATO Tracer? Ich stoß kein Magazin. Welche Munition braucht NATO Munition? Äh, welche Waffe? Äh, weiß ich nicht. Liegt da irgendwas? Äh, Zombies. Also hier ist schon mal ein Dixie Head. Hab ich schon. Oh, ein Magnum ist hier. Pistole. Hier liegt eine Fire Axe. Ich hab grad wieder Leben verloren, die sind auch eine Magnum. Ein Magnum, gib mir mal eine. Geh mir mal eine. Ja, nimm du die da hinten. Ich hab keine... Warte, ich hab keinen Platz. Oh, den Milch packe ich mal weg. Moment mal, hier ist die Purification Tablets, oder? Was? Du hast ja Purification Tablets, oder? Wollte ich holen, aber konnte ich nicht. Da war kein Platz mehr. Ach stimmt, ja, da war ja was. Okay, ich hab ne Magnum. Du musst hier ein Swift Magazine droppen, um mir ne Fire Axe zu holen, damit ich überhaupt was hab. Ja, das Swift Magazine brauchst du eh erstmal nicht. Äh, hier, hier liegt noch eins. Das hab ich jetzt mehr auch für euch mitgenommen gehabt, den Dixie Head. Ähm... Hinter dir, hinter dir! Brav. Was? Hier liegt ne Lever Action rum. Der hab ich da extra reingepackt hier. Okay. Da liegt noch... Oh, hier sind noch Cairn. Ich hab ne Cairn! Keine Cairn T, aber ne Cairn. Ah, hier war kein Wasser. Freddy, du hast schon ne Wooden Leather, ne? Ja, ich hab ne Wooden Leather. Da liegt noch eine. Plötzlich ist meine Sicht wieder grau geworden, weil ich um 20% Leben hab. Ja, meine auch. Ist richtig zum Kotzen. Wir brauchen den Ring. Wir brauchen den Ring. Äh, wo? Hier. Nimm diesen Swift-Vehikel da. Wo zum Teufel ist er da? Ja, hoffentlich ist der Vollalter. Ja! Zwei Schuss! Oh, geil! Oh, jo! Schleck! Oh, jo! Schleck! Äh, Direction... Geil! Ich bin jetzt auf 24%, 24%! Äh, hier liegt noch ein Swift-Magazin, ne? Ja, hier liegt auch noch mal eins hier auf dem Feuerwehrwagen. Ja, wir haben auch noch keine Pistole. Also keine... Da verpassen wir die Pistole. Ich hab im Rüchten Crafting einmal geskillt. Okay, hier liegt noch die Leather-Action von Freddy. Da liegt noch ein Dixie-Head im Auto. Da liegt noch ein Swift-Magazin auf dem Feuerwehrwagen. Hab ich gesehen. Ist hier ein Polizei oder ein anderes? Ich hab mal eine Roadflame jetzt. Nein, in den Polizei hat das nichts. Ähm, ich schwimm mal eben kurz zum Land. Okay, sie kommt. Hier ist nichts mehr für uns. Boah, fuck! Alter, das ist jedenfalls schon ganz schön aufregender als das, was wir vorher gespielt haben. Ich würd fast sagen, Freddy, wir machen auch ne neue. Also, dass das hier unsere... Dass das letzte unsere erste Folge war. Oder war unsere vorherige Folge interessant? Äh, ja... Okay, nein, eigentlich nicht. Wir haben ja nur dieses... Stimmt, wir hatten ja den Bug. Wir hatten ja den Bug. Ich würd das trotzdem noch hochladen. Eventuell, mal gucken. Ähm... Ich würd's das erste Part einfach hochladen, weil wir haben jetzt den letzten Part angefangen, damit dass das hier der zweite ist. Okay, meine Magnum hat, äh, drei Schuss. Okay, äh, könnt ihr erstmal herkommen? Ja, ich bin da schon fast da. Ich komm auch gerade. Äh, die Magnum kann man übrigens nicht sichern. Freddy! Ich bin nur auf den Berg fahren. Er lasst uns zurück. Den krieg ich, ob welchen erschießen muss. Eigentlich lass ich nur Kishi zurück. Ja, fahr. Danke. Ich bin auch neben dir. Scheiße, wenn er reinkommt. Ich seh ihn überhaupt nicht da hinten drin. Ich schon. Er ist wahrscheinlich direkt hinter mir. Ne. Wir looten jetzt diese Stadt hier und dann... Ja, wir looten jetzt erstmal diese Stadt hier. Halt mal, halt mal vor der Stadt an. Ähm, Zombie? Hi! Ich hab übrigens keine richtige Nachkampfwaffe. Ich hab einfach ne ganz normale Axt. Ja, das ist so eine Nachkampfwaffe. Moment mal auf der Axt, glaub ich, angesteit wie viele Kills man gemacht hat. Ne, doch nicht. Aber da sind so, ähm, vier Striche und dann einer durchschuess noch ein. Scheiße, daneben geschossen. Ich sollte nicht mit der Magnum auf Entfernung gehen. Hier liegen Batterien. Okay, brauchen wir nicht. Lass uns erstmal nur Sachen nehmen, die wir wirklich brauchen. Gar nichts? Ich lass die Magnum hier auch erstmal liegen, weil ich die grad echt nicht verwenden kann. Holz schlagen. Oh, Candy Bar, gut essen. Candy aufsammeln. Oh, ne Multi-Carrot. Soll ich die mitnehmen? Scheiß drauf, ne? Multi-Tomato. Ja, brauchen wir doch. Sowieso fernpflanzen. Hab'n Bogen, hab'n Bogen, hab'n Bogen, hab'n Bogen, hab'n Bogen. Ich hab'n Bogen. Ähm, ich kann aber nix mehr mitnehmen. Hast du noch Platz? Ne, ich bin auch komplett voll. Ja, warte, was schmeiß ich mal weg? Ich hab'n Fleisch mit, nicht gebraten. Ich hab'n NATO-Magazin mit. Brauchen wir NATO-Magazin? Oh my god, Can-Chilly, geil. Äh, Molly-Tomato, hast du davon welche? Weil ich hab' die. Molly-Orange-Jews. Ne, ich hab' noch ne zweite Crowbar, die brauch' ich nicht. Ach komm, Animal-Pelt drauf geschissen. Weil ich hab' die schon, dann brauchst du nicht die extra mit, ne. Weil dann kann ich die stacken. Okay. Ähm, ich lass' jetzt auch alle meine Nahkampfwaffen hier liegen, ne. Wenn jemand eine Nahkampfwaffe braucht, hier liegen welche drin. Danke dir. Crowbar und Police-Scheiß. Ähm, Moldi-Karotte mitgenommen. Äh, und ein Cabbage mitgenommen. Moldi beide? Ja. Moldi-Cabbage? Ja, gib mir. Gib mir. Ich kann dir nicht aufhören. Wo bist du? Ja. Digga! Äh, sorry. Digga! Mach' mich nochmal so schief von der Seite an, ne? Was? Hast du deinen Nenner? Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Was ist los? Was ist los? Hilfe! Hilfe, bitte in die Pharmacy, ich bin tot, ich bin tot. Warte, warte, warte! Bist du echt tot? Bist du echt tot? Ja, ich bin gestorben. Shit! Egal. Okay, ich hol' den Sachen. Guck mal kurz, wie viel ich von meinen Skills verloren hab', alles. Wo zum Teufel bist du? Alles. Ende. Ich bin beim Flughafen, also am anderen mit der Map. Super. Ähm, wir müssen dich abholen. Oh Gott! Jesus Christ! Wow, da ist ja noch Zombie! Was? Was ist los? Nein, die hat dich getroffen! Scheiße! Ich hab' den nicht gesehen zwischen den ganzen Leichen. Alter, hab' ich mich gerade erschrocken. Huh! Ich nehme meinen Rucksack. Nein, hier ist noch einer! Ich bin tot! Oder gefische in den Rucksack. Oh Gott! Oh Gott! Das ist nicht gut! Wo bist du? Warte, ich hab' noch zwei Schuss. Ich muss nur noch nachladen. Jetzt haben wir gepultet. Ja, klar! Überlebt halt mehr als zwei Schuss! Hurensohn! Wie viel will der? Der ist Buggy! Ja, pass auf, der ist Buggy! Der überlebt alles! Der ist alle Buggy! Ich hab' dem schon zweimal in den Kopf geschossen. Der überlebt einfach. Okay, schießt den Server grad' down? Nein, eigentlich nicht. Wahrscheinlich, weil ich grad' beim Flughafen bin und der muss das... das ganze Gebiete erst mal rendern. Das hatten wir doch bei mir auch, als wir gefahren sind. Das ist alles rumgebacken. Au! Au! Kischi, lauf, lauf, lauf! 27! Oh! Kischi, ich hab' noch 16, okay? Da kommt noch einer. Okay, ja, dann sind wir ein Adventer auf einem Level. Okay, ich geh' jetzt in die Pharmacy und hör' mal... Freddy, lag da irgendwas an Antibiotika oder so'n Scheiß rum? Äh, ich hab' nur Adrenalin gesehen. Ich hab' Civilian Bullets gefunden und Bugshots. Freddy, Kischi, lauf bitte in keinem Zombie rein! Ich hab' jetzt grad' echt keine Zeit! Ist hier nur irgendwas am Leben. Okay, hier ist einmal Adrenalin. Ähm... Oh Gott, wie viel Zeug hattest du dabei, Freddy? Racks? Ich hab' den Rucksack. Wo ist die Pharmacy? Ich brauch' was. Äh, ich bin hier hinten. Äh, Kischi, hast du schon'n Rucksack? Nein. Gut, dann nimmst du jetzt Freddys Rucksack und seinen gesamten Scheiß mit! Okay. Hier ist irgendwo ein Zombie. Ich hab's gehört. Ah, er kommt. Kannst du dein Handy mal laut durchstellen? Sorry, hatte ich eigentlich gemacht. Ich töte jetzt erstmal den Zombie hier. Äh... Wo ist dein Rucksack? Äh, der liegt oben auf dem Tresen. Da, oh. Ich bin blind. Der ist leer. Oh, Racks und Bandagen. Der ist leer. Der ist leer. Schade. Da hinten ist ein Zombie. Der mich zum Glück noch nicht sieht. Crip. Erstmal ne Maple Strike gefunden. Erstmal alles nehmen, was irgendwie heilt. Adrenalin. Drauf geschissen. Genommen. Alter, was? Ich, ich treff' die ganze Scheiß. Zombies nie! Ich hab' wieder grüne Sicht. Oh, ist das schön. Ich nicht. Oh, Purification und Racks. Ja, warte dann du erst in die Racks, damit deine Zuschauer irgendwas davon haben. Ich mein, du bist ja bekanntest du hier von uns. Äh, hier liegt noch Freddys Magnum. War da noch Munition drin, Freddy? Keine Ahnung, ich hab' sie nie benutzt. Ich sammle hier übrigens einfach grad alles auf. Ach, kein Space mehr. Ja, ich auch nicht. Ähm, nimm mal bitte die Tomatoes noch mit. Also schmeiß' irgendwas für die Tomatoes weg. Weil Samen. Ich liebe Samen. Äh, okay. Kirschi, du hast'n Longbow, ne? Ja, ich hab'n Longbow. Äh, okay, die Waffe ist noch relativ voll. Ich schmeiß' meinen Longbow jetzt weg. Das ist der Timer. Ähm, ja. Okay. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Part. Ja, ich entkomm' mir noch den Zombies und dann... ... ...